In meinen Schuhen, das ist der fünfte Song aus meinem Album jetzt. Und in diesem Song geht es darum, dass viele Menschen Vorurteile gegenüber anderen Menschen aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Kultur haben, obwohl sie wirklich keine Ahnung über den Hintergrund der Person haben. Und deshalb empfehle ich euch in meinem Song, dass man doch erstmal einen Tag in deren Schuhen gehen soll, um überhaupt erstmal zu wissen, wer diese Person denn überhaupt ist. Und ich garantiere euch, dass dadurch der Umgang mit anderen Menschen viel respektvoller wird. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei meinem sechsten Song, Mehr als flüssig.